Weil ich letztens mal wieder geschafft habe, Chi-Chen Chong Still Smokin' zu gucken. Und da habe ich mich richtig gefreut, dass ich den mal wieder gesehen habe. Aber der ist doch gar nicht in Deutschland. Ja, Mann, ich habe letztens auch wieder einen Marathon gemacht. Endlich, Friday Night Light, Heavy, Rhythm and Reason. Oh, Heavy steht auch noch ganz groß auf meiner Liste. Was, die habe ich alle noch gar nicht gesehen. Wie bitte? Echt, Mann, das ist dermaßen raus, wenn du die nicht alle gesehen hast. Aber die gibt es doch noch gar nicht in Deutschland bei den Streaming-Anbietern, die das so klar haben. Nein, was hat denn das, die muss man gesehen haben, ansonsten, du kannst doch hier gar nicht mitreden. Warte mal, ich glaube, der Olli hat gar kein CyberGhost VPN, damit er alle Serien und Filme ohne blöde Ländergrenzen überall streamen kann. Wie soll ich mir das denn alles leisten können? Das, das ist überhaupt kein Problem. Denn mit unserem Angebot über CyberGhostVPN.com slash Flip Floyd spart ihr nicht nur vier Monate lang den Gesamtpreis, weil ihr vier Gratis-Monate habt. Nein, ihr bezahlt ab dem fünften fortlaufenden Monat dann auch nur noch unglaubliche 1,84 Euro im Monat für den absoluten Rundum-Sorglos-Schutz von CyberGhost VPN für euer Tablet, für euer Smartphone, für euren PC, für euren Laptop, für euren Mac, für einfach alles bis zu sieben Geräte. Und das Beste ist, ihr habt nicht nur 45 Tage absolutes Sorglos-Programm mit dem Verkäuferschutz, der euch jederzeit garantiert, in 45 Tagen einfach wieder vom Kauf zurückzutreten. Nein! Ihr arbeitet dann bei CyberGhost VPN auch noch mit einem der beliebtesten und mit dem Most Trusted VPN Service auf Trustpilot zusammen. Von daher ganz viel Spaß damit und jetzt ordentlich sparen und sich sicher fühlen! So, und wir, komm, wir nutzen jetzt den Link erstmal und sorgen dafür, dass du das auch alles endlich mal sehen kannst! Also, ich bin sold! Oh, er tropft schon! Easy! TITCLITZ GUMBOJU! TITCLITZ GUMBOJU? Was ist das so? Na, TCG! TITCLITZ GUMBOJU! GUMORRA! GUMBACH! GUMMELSBURG! GUMBORRA und SODOM! Twitch Clips Germany! Das steht für Terror-Klitoris-Gustavsson! So! Jetzt anschauen! Oh Gott! Ja, ich hab ein bisschen Gänsehaut bekommen! Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber da war schon ein bisschen Gänsehaut dabei! Ging mir ein bisschen zu durch, durch Mark und Bein! Ja, war deep! Äh... Schau doch auch mal beim Clips Germany-React-Kanal vorbei! Da gibt's Reacts von verschiedenen Streamern zu den Folgen! Link in der Beschreibung! Warte, wir können auf Reacts reacten? Da seh ich uns! Da seh ich uns, ja! Das konnte ich uns auch! Das ist böse, das persönlich! Oh, da war ich übrigens vor sich, das kann Aline wirklich sein! Also, sie hat so eine richtig süße Verpackung! Hi! Die sprach doch auch über Lilly, oder? Und ja, das wird doch... Hat er gelacht? Ich hab mal ein bisschen einfach den Westen zu erkunden, weil ich hier im High-Vidget erst einmal war. Digger, ist das dein Ernst? Was? Was? Ich muss fragen, waren die Soundeffekte eingespielt oder waren die real? Ich hab mal ein bisschen den Westen zu erkunden, weil ich hier im High-Vidget erst einmal war. Er hat sein Pferd gerufen. Digger, ist das dein Ernst? Ey, das ist ja unfassbar fantastisch. Das ist ja ein bisschen wie dieser Autospawn-Sheet von GTA tatsächlich. Ja, Mann, nur real. Nur halt in schlimm. Aber ey, wenn du das gut timen kannst, dann kannst du Gegner so töten. Das würde ich gern sehen. Das wäre ziemlich sweet. Ja, gibt's bestimmt Speedrun-Mechanics, Alter. Oh, mach du. Was ist passiert? Nichts passiert. Gleichzeitig gedrückt. Oh, ist das ein Katana? 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 Nee, ist es nicht. Ist es? Oder ein Breitschwert? Nee, ist es ein Breitschwert. So, und ich bin mir absolut sicher, mindestens einer regt sich gerade richtig krass auf, weil du bestimmt nicht den richtigen Namen für dieses Schwert benutzt hast. Ach so. Und derjenige fühlt sich jetzt auch richtig beleidigt, weil du keine Ahnung von seinem Nischenhobby hast, Paul. Ja, das glaube ich. Ich dachte ja eher, Leute regen sich auf, weil Plastikverschwendung. Es klang aber krass wie Glas, oder? War das nicht Glas? Es klingt wie Glas, aber es ist Plastik, glaube ich. Weil, guck mal, guck mal, wie die Flaschen kaputt gehen. Es ist Plastik, oder? Okay, es ist ein Langschwert. Das ist Plastik, aber hör mal, das klingt wie Glas. Ja, das ist das Langschwert, was so klingt. Okay, weird, aber ich fand seine Moves trotzdem ziemlich smooth. Ja, ich weiß nicht, was hier los ist, keine Ahnung. Andauernd kackt mein Internet ab, wenn ich ihr RP spiele. Gejinxt. Lol. Ja, natürlich. Was war das sonst? Ganz entspannt, Mädels, ganz entspannt. Ach du Scheiße. Gut, ist in Ordnung, ist in Ordnung. Was hat Annika gesagt? 17 Torten an dem Abend ins Gesicht gekriegt? Ja. Zieh mal rein. Vor allem, ich habe eine Frage gestellt, Flo. Du erinnerst dich sicherlich, als wir damals bei Nerdscope Frodo eine Torte ins Gesicht geklatscht haben. Wie das so ein bisschen bei Licht und Wärme anfängt zu riechen. Bei der Menge an Torten, die bei dem Event geschleudert wurden, ich will nicht wissen, wie es da drin gerochen hat. Ehrlich. Ja, am nächsten Tag sauber machen muss so die pure Reude gewesen sein. Alter, aber das ist auch... Wirklich. Platz drei in ganz Europa waren die, ne? Ja. Mit dem Musikling. Platz eins in Deutschland, Schweiz und Österreich, Platz drei Europa. War echt herzend. Das ist richtig krass. Mega, Alter. Richtig geil, ja. Dann hauen wir rein. Los! Oh, wild. Wie hast du die getötet? Das war ja von unten wie so ein Schlag, also richtig bitter in die Nase reingetrieben, die Torte. Ey, aber hallo. Oh, warte mal, da müssen wir kurz zurückspulen, da kommen wir. Moment. Wisst ihr, was ich richtig lange nicht mehr hatte? Ein Stand-Up. Er war gut. Er war gut, er war gut. Ja. Geschnitten ist er noch besser. Geschnitten ist er richtig geil. Muss man? Ja. Ich weiß auch nicht, wo der herkam. Das hätte ich mir auch einig denken können. Erfahrung, Oli. Erfahrung. Hat sie ein Kissen von sich selber? Ja. Sieht so aus. Nein, warum? Oh, jetzt, oh, schau mal, wir erkundigen, erkundigen. Erkünde. Er sie es künde. Alter, ich habe das Wort vergessen. Erkundigen. Erkünden. Ich habe das Wort vergessen. Eins von beiden. Ich glaube, eins ist richtig. Was? Was ist denn Intelligenz? Was ist denn Intelligenz? Intelligenz macht doch gar nichts. Sie macht doch einfach gar nichts. Aber Sie meinen das ernst? Ich darf das behalten, was ich geklaut habe? Natürlich dürfen Sie das behalten. Oh, wunderbar. Das ist überhaupt kein Problem. Dann freundschaftlicher Rat. Sie brauchen eine neue Eingangstür. So lange bist du, bist du zu... Bitte, was? Nun. Nee, nee, Oni-chan. Ojasminan de so. Daka, zurretet ja. Ionchigan, ii kanaa. Dapot-chan kanaa. Oh,でも, shoppingo, ii kamo. Karai, oiofku, ii bai, datto hashi naaa. Nee, ii desho, Oni-chan. Sie macht die Betonung zu gut. Ja, die Betonung ist halt on point. Aber ich war selten wirklich, also selten so krass hin- und hergerissen zwischen super krass beeindruckt und unglaublich entnervt, dass ich wirklich gemerkt habe, wie es versucht, meinen Körper in zwei Richtungen zu ziehen. Ja, ich finde ja gut, unten links steht Japanisch-Kurs, das ist auch schon eine Weile her. Ich glaube, wenn legit ein Japaner zuhört, der Japanisch spricht, dann ist er so, was? Sie reiht Wörter aneinander. Ja, aber es ist genau das Gleiche, was ich in jedem Stream auch mache. Ja, ich finde es fantastisch. Hallo. Ja, halt ihn mal in die Kamera. Vielleicht denkt sich der Japaner auch einfach nur, hm, nicht schlecht. Ich appreciate auf jeden Fall den Effort. Krass, gibt sich gute Mühe und die Betonung stimmt auch. Weil nämlich die Leute, die die Sprache wirklich sprechen, tatsächlich so drauf sind, dass sie das gut finden, wenn sich jemand Mühe gibt. Und nicht so krass hochnäsige Nicht-Muttersprachler-Wichser sind, die das ebenfalls in ihrer Freizeit lernen und sich dann aus dem Fenster lehnen und sagen, die Betonung ist wohl aber nicht. Das ist ein von den sechs Wörtern, die ich kenne. Ich glaube, es ist vor allen Dingen ein deutsches Problem. Also im Prinzip ein deutsches Problem. Ich bin da bei dir, ich weiß noch nicht, ob ich es jetzt richtig verstanden hatte, aber ich glaube, die Hälfte der Wörter, die sie gesagt hat, hat halt wirklich legit nicht existiert. Deswegen hatte ich das gesagt. Nicht, weil sie irgendwas falsch betont hat. Ich glaube, bei Nujutsi hat sich irgendwelche japanischen Wörter ausgedacht. Aber du weißt ja, was ich meine. Das ist so geil. Du siehst irgendwen auf YouTube oder sonst wo im Fernsehen, was auf Englisch sagen und du hast immer die absoluten Oberspezis, die dann da sitzen. Ganz ehrlich, sein Englisch ist aber nicht on point, Bro. Und du denkst dir immer so, halt da mal dein dummes Maul, Alter. Ich fand deinen Einsatz von on point, Bro, gerade sehr stark. Essen fällt runter. Ja, muss passieren. Also, das ist auch klar. Bin mir sicher. Auch wenn ich so verzögert sehen werde. War das so eine Moodelpizza? Ich hatte eh schon Verspätung, sorry, an der Stelle, weil ich war noch unterwegs. Das hat gar nicht an meiner Spätschicht gelegt, 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 gelagen. Was ist denn mit den Leuten los? Gelegt. Vokabular. Oh mein Gott, sowas brauche ich. Liebe Freaky Nicky, ich habe das, was du auch brauchst. Ich habe ihn hier, nur für dich. Ich habe ihn hier. Not bad. Den Lekomio 3000. Nur für dich. Und? Kannst dich nicht mehr daran erinnern? Den Lekomio 2000. 2.000. Ja, er hat es einfach gebaut, um darauf zu reagieren. Mit 5 Umdrehungen der Stunde. 5 Umdrehungen der Stunde? Ich weiß nicht, du bist halt so speed auf. Fand ich stark. Fand ich gut. Ja. Wir müssten weg. Hat mir gefallen. Ach, sind das nicht deine Teammates? Ne, das sind die Gegner. Digger, was ist das denn hier für ein Metaplay, was ich gemacht habe? Klippen, klippen. Hey. Digger, du killst, du nimmst doch noch den, den, den. Lol. Dankeschön, Nicky, für dein Follow. Was? Mir geht es ganz hervorragend. Ich habe einen sehr entspannten Samstag und dachte, ich fülle einfach meinen planlosen Tag mit etwas Red Dead Redemption mit dieser Community. Warum klingt es dir denn wie so ein Computerassistent? Ja, aber du siehst einfach, dass ein Dialekt diese komplette Immersion von Roboterstimme killt. Killt, das stimmt, ja. Ja, das war das, er war zu gerollt. Ja, ja, extrem. Aua! Aua! Hä, wo? An dem Ding, was sie gerade festgebohrt hat, Sonja. Wenn ich mal nichts mehr zu essen habe, kann ich einfach die Tastatur aufmachen, ein bisschen was Wasser drüber kippen und ich habe eine nahrhafte Suppe. Ich war noch nie in einer professionellen Massage. Ich habe auch irgendwie immer Angst, dass es da irgendwie Happy Ends gibt. Ich klatsche euch jetzt alle umherf' hier. Ja, wer kennt es nicht? Guck mal. Ist aber auch wirklich anstrengend. Gehst zum Physiotherapeuten. Höhne ihn runtergeholt. Jedes Mal holt er dir einen runter. Ja. Dann ist es schon immer so, Mann, ich muss los, Markus. Aber ne. Ja, Markus hört einfach nicht auf. Ist auch egal, ob das mein Schwager ist. Das muss noch. Das macht es nicht besser. Gehört einfach dazu. Ja, was? Ein Angriff mit Blasen. Warte mal. Warte mal, darüber müssen wir kurz reden. Ich habe es hier lesen. Die Angriffsbeschreibung von Blubber durch. Ja. Ein Angriff mit Blasen. Ja. Ein Angriff mit Blasen. Ja. Ja. Aber groß geschrieben. Ja. Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, hat das ein shiny Geo-Rock? Habe ich ein shiny Geo? Hat es getötet? Ja. Mit was für Clips schaffst du es inzwischen? Mit Clips Germany? Pimmel Laola? Dadurch, dass wir in verschiedensten Zeitzonen leben und nacheinander wach werden, gibt es jeden Tag quasi eine Pimmel Laola. Ich nehme ihn nur in den Mund. Ich nehme die tatsächlich nur in den Mund. Mit den Handschuhen kann ich mich jetzt endlich mal anfassen, weil ich so heiß bin. Damit kann ich jetzt mich endlich anschassen, ohne mich zu verbrechen. Und jetzt kommt noch, das ist mein beschnittener Penis vielleicht? Das ist mein beschnittener Penis. Äh. Ich bin so dumm. Ja. Ja. Ah. Ja. Mehr würde ich nicht. Das war auch nicht cool. Die war so eklig, Alter. Mir ging es so gut an dem Tag. Ich muss auch wirklich nochmal dazu sagen, weil mir haben ganz, ganz viele Leute auch auf Social Media geschrieben. Ich habe ja gedacht, ich habe die Alten und die Neuen. Warne gar nicht die Alten und die Neuen, es waren die Europäischen und die Amerikanischen. Die Alten kriegst du so gar nicht mehr zu kaufen. Was schade ist natürlich, aber ja, es war trotzdem eklig genug, Alter. Es war wirklich schlimm. Eklig. Jetzt muss mir noch, erzählen wir mal kurz, wie es geht. Habt ihr eine Kaffeemaschine? Ja, haben wir. Ach, das ist die Jamfm-Butze. Ah, ja, lol. Hab ich ewig nicht gerafft. Ja? Ich erzähle dir, wie es geht. Ich erzähle dir, wie es geht. Schaffst du, jonglieren wir zwei? Oh, Alter. Oh, nein, es ist offen. Der Kopf hängt in der Luft und der Körper ist runtergefallen. Das sieht wunderschön aus. Läufer. Was? Ja, nun. Es sieht wunderschön aus. Sparste dir das auf dem Holzstabspieken. Lola ist erweifet. Berühmte netze Worte. ProGamer Moves. What? He did. Lui. Ja, Moin. ProGamer Moves. Was war da? Oh, oh, lol. Stark. Das finde ich witzig. Scheiße. Haha. Oh, lol, Alter. Nein, 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 nein. Warte, geht's? Ich glaube, das ist mir vorhin auch passiert. Ich wusste nicht, dass das geht. Same. Vielen Dank dafür, es war auch nur 50 Euro. Okay, möchtest du einmal Ariane was sagen lassen? Ja, hallo, ich habe ganz schön fette Beinehaare. Ich sehe aus wie ein Jack. Stimmt überhaupt gar nicht. Geh weg. Mach's nicht aus. Ich sehe aus wie ein Jack. Sehr gut. Schön, bis gleich. Tschüss. Auf das junge Liebesglöck und so, ne, also, äh, ja, ne. Was hast du geklippt, Crimson? Ich habe ein bisschen Angst. Oh mein Gott, no! Scheiße! 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 Fuck, scheiße! Hat sie einfach dein Leben gegossen? Ich habe keine Ahnung. Aber, ähm, die Reaktion war auf jeden Fall, auf jeden Fall war die Reaktion zu heftig für nur ein bisschen übergelaufen. Ja, also, ich nehme nicht an, dass es heißer Tee war, das hätte sie früher gemerkt. Ich glaube auch, sie hat daneben gegossen, um ehrlich zu sein, aber ist mir scheißegal, die hat ein Papageier auf der Schulter. Das ist fantastisch. Und ich hoffe, er sagt jetzt irgendwas komplett Versautes. Ist das ein Papageier oder ist das ein Ahrer oder ist das ein... Ist das ein Ahrer? Ich lege mich jetzt fest. Das ist bestimmt eigentlich ein... Wellensittich. Ein viel zu fetter Wellensittich. Es ist ein Graupapagei und damit ist es ein Papagei. Es ist definitiv eine Ente. Das ist definitiv, ja. Was zu viel ist? Naja, du sollst halt... Das, was du jetzt im Topf hast, soll sich halbieren. Achso, der Topf soll sich halbieren. Aber ich dachte, er ist jetzt aus dem Topf raus. Seine Reaktion. Ich kann heute nicht. Also ich saß... Aber eine... Die war halt super ehrlich. Ja, das ist mega. Eine Sache fand ich aber jetzt sehr erstaunlich. Einfach mal jetzt so von der psychologischen Seite her. Wir sehen einen Papageien im Bild und jeder von uns erwartet, dass natürlich was mit dem Papageien sein muss. Es war nichts mit den Papageien. Aber man sieht einen Papageien und man denkt... Das zeigt, wie cool Papageien sind. Eigentlich, oder? Das ist wirklich... Dalu kann er nicht meinen, weil kein Mensch auf der Erde vergleicht sich ernsthaft mit Dalu. Das ist wie, als würde sich eine Ameise mit Gott vergleichen. Das geht nicht. Also als Influencer kannst du dich mit anderen Influencern vergleichen, aber nicht mit Dalu. Das ist ein kompletter Cyborg. Niemand vergleicht sich mit Dalu. True. Oh, das habe ich seit Ewigkeiten nicht mehr gesehen. Was ist das? Das gibt's noch. Das gibt's noch? Was ist das? Sieht so aus. Hä, willst du mich rollen? Ist das ein Spiel? Hast du das nie gemacht? Ja, das ist ein Spiel. Nee, ich kenne diese Erschreckdinger. Ich kenne das halt mit dieser Autowerbung und so. Aber ich kenne das mit zum Spiel. Kenne ich das nicht? Okay, dann recherchier bitte nicht. Du spielst das. Ja, jetzt kenne ich ja den Witz schon, dass man sich erschrecken soll. Das kriegt mich ja nicht. Ja, aber du weißt nicht, bei welchem Level. Ist mir egal. Das erschreckt mich trotzdem nicht. Ist mir egal. Wenn ich willst, dass du so was wie erschrecken jetzt, dann passiert mir das nicht mehr. Olli hat sich das letzte Mal erschrocken, da war er vier. Das war. Und auch nur das erste Mal. Dann hat er gefragt, Papa, was war das? Das hat sich erschrocken. Das ist erschrecken? Das kriegt mich nicht mehr. Ja, jetzt ist es vorbei. Hä, Geschichte von Ollis letztem und erstem Erschrecken. Das stimmt. Das ist fantastisch. Ich liebe es. Ich liebe es. Glaube ich, oder? Ja, ich muss zu dieser Brücke. Nein. Oh. Nein, bitte Tartagia nicht sterben. Du bist mein... Nein, du bist ein weiterer DPS-Charakter. Bitte nicht. Geh in den See. LOL. Hä, wie macht man das? Wie macht man das? Ich bin zu schwach. Ich bin zu schwach. Ja, siehst du, die sollen sich alle nicht mit deiner Frau anlegen, Olli. Ich sag dir das. Ich glaube... Oh, da. Oh, guck mal. Ich glaube, es ist super stark... Ich glaube, es ist super stark abhängig davon, welche Sorte Apfel du hast. Ich schwöre ich dir. Es ist ganz, ganz wichtig, ob der so ein festeres oder mehligeres Fleisch hat. Bin ich mir ziemlich sicher. Ich habe das... Ich glaube, es hängt in erster Linie davon ab, wie viel Kraft man hat. Ich habe letzte Woche, habe ich es probiert an einem Apfel und statt ihn in der Mitte durchzureißen, ist mein Daumen halt einmal so durch den Apfel durchgegangen quasi. Also ich konnte ihn nicht zerreißen. Ich habe den Apfel einfach zerquetscht. Das war aber dann Kraft in die falsche Richtung. Ja, also ich weiß nicht. Keine Ahnung. Ich habe Apfel hier. Ich kann probieren, wenn ihr wollt. Na, für die Twitch-Clips müsstest du es jetzt eigentlich tun. Eigentlich müsste ich jetzt einen Apfel holen. Oder soll ich einen Apfel holen? Hol mal einen Apfel jetzt. Okay, ich hole einen Apfel jetzt. Soll ich auch einen Apfel holen? Ja, gerne. Darf ich nur nicht essen. Komm, wir machen das jetzt. Aber geht das? Ich dachte, das ist total scheiße bei dir. Ich desinfiziere mir danach tatsächlich die Hände. Aber ich hole jetzt einen Apfel. Ja, alles klar. Ich gucke mal, ob ich einen habe. Okay, Arno holt mir schon einen. Dann bleibe ich so lange hier. Freunde, wir machen das jetzt. Okay. Das, ja? Nee, das wird mit meinem Daumen nichts. Ich lasse die drei Finger weg. Ich versuche es mal mit vier Fingern nur. Mal gucken, ob das geht. Oh, er tropft schon. Easy. Oh, der ist so klein, oder? Okay, deine Technik scheint besser zu klappen. Meiner zerquetscht halt und tropft schon. Ich probiere jetzt mal die andere Technik. Eater works, äh. Oh ja, okay, die geht viel besser. Ja, easy, Alter. Die geht viel einfacher. Krass. Okay, jetzt ist alles voller Apfel. Ah, krass. Aber ja, so geht es wirklich deutlich einfacher als mit den, äh, mit den, mit den Händen. Ähm. Na, leckerer Apfel. Ähm. Ich bräuchte jetzt... Was hast du dann gerade benutzt, wenn nicht die Hände? Mein Sack. Ähm. Nice. Ich glaube, ich muss mir was zum Hände abwischen, äh. Paul, hast du es geschafft, die Weintraube zu zerreißen? Ja. Geil. Sehr gut, Paul. Und auch die Banane. Sehr gut. Du hast was, die Banane in der Mitte zerrissen? Na, ja, klar. Na, fuck. Ah, ich hab so, äh, kannst du in der Küche... Paul Strong. ...psychiat. Die liegen auf der... Hm? Kannst du mir die einfach holen? Dann klebt das nicht. Apfel ist ja Zucker, das klebt ja alles. Apfel ist ja Zucker. Ja, ist so. Entfernt 99,9 Prozent der Apfelrückstände. Ja, 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 ja. So. So. So, wer das jetzt physikalisch erklärt, wieso Flo's Technik besser ist, bekommt ein Bietchen. Keine Ahnung, Alter. Mehr Finger, mehr Kraft? Naja, wahrscheinlich der besser angesetzte Hebel bei einem tieferen Punkt im Apfel, sodass du mehr quasi physikalisch korrekter Begriff Reiskraft aufwenden kannst. Mehr Reiskraft gefällt mir. Spezialist für Reiskraft ist? Uncle Benz. Uncle Roger, richtig. Na gut. Wollen wir weitergucken? Ja, bitte. Nice. Let's go. Ich predict ein... Ah! Sehr gut. Kim! Streng dich an. Kim, falsche Technik. Kim probiert meine Technik, ne? Falsche Technik. Oh, lol. Kim. Siehst du, ihm ist aber auch ein Stück mehr rausgebrochen, so. Gute Technik. Oh, Paul. Paul und Flo, jetzt entscheidet sich. Das ist ein sehr saftiger Apfel. Ihr Apfel ist so groß wie der, den wir hatten, Oli, aber ihr Apfel ist so groß wie ihr Kopf. Das war lustig übrigens. Ja. Nice. Aber, wusste ich, dass das das wird. Ja. Als alte, als alte Klettermaus hier, ne? Ja, ey. Guck mal, die ganze... Sie hat auch nicht aus den Händen gezogen, sie hat einfach ihre Ankerfinger da versenkt und dann aus dem Rücken gezogen. Sie hat im Grunde den Apfel gehalten und auseinandergezogen. Ja. Okay, bei mir ist es ein bisschen sehr zerrissen. Wie soll das gehen? Jetzt wollte ich gerade dran setzen, wie die Ärsche ihrer Feinde. Guck mal. Weil sie ihm den Arsch aufreißen. Dann ist mir aufgefallen, dass es, nee, das ist ganz komisch, wenn man das so sagt. Aber schaut mal, jetzt seht ihr, ich hab das bei Anne schon mal probiert, aber mit meiner... Ja, aber deine Technik ist ja voll für den Arsch, weil du mit deiner komischen Consolero-Daumen-Technik da rangehst. Ja, ich wollte das so, ich wollte das probieren und hab gedacht, so komm, wir testen das mal so. Da hätte ich dir aber sagen können, dass das nichts wird. Ja, du mit deinen komischen Daumen. Aber ihre wiederhergestellt, Olli, easy. Lass den Apfel zwei bis drei Tage liegen, dann ist es einfacher. Ah, du hast mich voll gespritzt. Wir müssen kurz sauber machen, dann bin ich gleich wieder da. Da geht das nochmal. Nein. Alter. Warum? Hä? Achtung, nicht erschreckt. Ich muss mal ganz kurz, sorry, ich muss ganz kurz mal meinen Luftfilter ausmachen, der ist seit dem Apfel irgendwie voll am Ausrasten. Äh. Was war das gerade bei ihm, Alter? Ja. Keine Ahnung, weiß das irgendjemand? Er war so richtig Borderline am Stream, Alter. Zur Hölle. Der schreckt nicht, der ist gleich groß. No, God. Dann verstehe ich es natürlich vollkommen. No, God. Wie nennt man diese Hautcondition? Okay. Gibt es da einen Namen für? Was? Für diese Melaminstörung, gibt es da einen Namen für? Ja. Buckel. Kurz für bunte Pickel. Loll. Loll. Warum spielen wir eigentlich nicht da einen Light 2 im, ähm, im, 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 im Koop-Modus? Gute Frage. Keine Ahnung. Okay, cool. Ich glaube, du bist der Einzige, der es hat. Ja. Nee, Badezimmer habe ich nicht. Das kann sein. Ich habe nur meine Badewanne, wo ich drin schlafe und da pinkel ich auch rein. Ja, understandable. Ich hatte halt die Wahl, ne? Streaming-Zimmer oder Toilette. Kopfhörer berühren. Oh, mein. Fuck. Was? Ähm, kurze Werbeunterbrechung. Was ist passiert? Das war das. Aber ja. Die müssen einen Teller runtergefahren. Und so ist es. Die Liebe geht durch den Magen. Und dann beim Darm wieder raus. Schön. Seine Freundin leidet, glaube ich, auch viel. Willst du nicht alle mal in seinen Chat gehen und sagt, wie... Ich glaube, es gibt so, ich glaube, es gibt so drei, drei Freundinnen, also in unserer Social-Media-Bubble, die so richtig leiden. Platz drei. Die Freundin von Finn Kliemann. Ja. Platz zwei. Die neue, die Freundin von Kapuzenwurm. Platz eins. Die Freundin von Malte Zierden. Unangefochtener Platz eins. Was ist das los? Nix. Alter, der Typ ist einfach... Der ist nur Gold, Alter. Aber was der anfasst, geht kaputt. Auf ne gute Art. Auf ne gute Art. Nein, Leute, jetzt nicht so ernste Sachen reinschreiben. Wie die Amelie-TV-Gag, der ist schon nicht schlecht. Er hat's gemacht. Das war sehr schön. Das geht in die Hocke? Ja, Kaya hat die Leute rüber geschickt. Und dann lässt man sich so vom Rand wegtreiben. So, das sieht man jetzt nicht. Und er geht dann in die Hocke und weiß aber nicht warum. Sehr gut. Tschüss. Oh, no, no, die Kohle. Oh Gott. Was war da drin? In seiner Shisha. Oh, ja. Stimmt, da war ja noch was im Backofen. Hallo, herzlich willkommen im Stimmbot. Der macht noch gar nicht. Der macht noch gar nicht. Gut, aber er hat ja trotzdem recht. Das ist jetzt nicht dein Erd. Es ist was im Backofen. Ich weiß gar nicht, warum die alle auflegen. Das ist jetzt nicht dein Erd. Wer ist denn da noch zugeschaltet? Hater. Wie soll ich denn bitte da oben drankommen? Was ist das denn? Der Tür geht nicht auf. Ich komme da nicht dran. Das ist jetzt nicht gerade sehr inklusive Spielgesang hier. Ganz ehrlich, die anderen Valkyren haben wir doch jetzt. Ohne Scheiß. Ich kenne mich so wenig mit VR aus, dass ich mich gerade frage, ob es wirklich passieren kann, dass du zu klein bist. Ja. Ja, weil das macht ja die Raumvermessung. Aber dann kann sie doch hüpfen. Ja. Dann ist sie aber gar nicht so schlau. Ja. Okay, cool. Auch gut hinbekommen. Selbst wenn sie eine Kombination aus den anderen Valkyren wäre. Danke, Olli. Das kriegen wir hin. Das kriegen wir hin. Ich habe keine Angst. Komm, let's go. Wir kriegen das hin. Wir kriegen das hin. Oh nein, wir kriegen das nicht hin. Wir kriegen das nicht hin. Erstmals Gesicht. Das war ja geil. Das war ja geil. Komm, wir können es mir noch nicht an. Du nicht auch. Sie wollte aber schnell zurück. Hä? Ach so. Ja, das ist ein Telefon, das ist ein Buch. Das ist ein Buch-Telefon. Ja, das denke ich halt auch. Ja, das ist ein Buch. Das ist ein Buch. Ja, aber wenn man mir gesagt hat, hat jemand gesagt, hat Menschenverstand, nee, Buch-Telefon gibt es nicht. Gibt es denn ein Telefon-Buch? Leu, Alter, ist ja herrlich. Und da ist auch ein bisschen vorher so ein komischer Gummignips hinlauf. Dieser Fingerhut hier. Und da eignet sich perfekt zum Schnipsen. Den kann man schön auf den Tisch stellen. Scheiße. Und dann kann man den schön mit dem Finger weg schnipsen. Das gibt es nicht. Voll im Kühlsch. Voll im Kühlsch. Ob du dir jemanden dazu hast, wenn du das jetzt... Oh nein. Oh Mann. Ja, RIP. RIP Snippy. Snippy. Wofür ist der? Scheinbar ist der... Scheinbar ist der voll wichtig. Krass. Offensichtlich. Ja, plus D-Mon-Tari... D-Mon-Tari... Nee. Ja, plus D-Mon-Tari... Kein Geld mehr für deine Videos. So. Ich hab's mal eben übersetzt. Einen Topf mit dem Zucker auf mittlere Kraft. Hast du ein Induktionsherd oder ein Ceranen-Kochfeld? Ähm... Einen schwarzes? Einen schwarzes? Ich hab'n schwarzes Kochfeld. Wow. Wieso? Ich dachte... Also... Ich dachte immer, sowas wär'n Gag. Ich dachte immer, sowas wär'n schlechter Witz, Alter. Ja, das ist einfach zu gut. Ich hoffe, das war wieder so eine Nummer, wo so'n Profikoch an der anderen Strippe ist. Ja, das war die gleiche... Was war das? Es war dasselbe wie von... Hallo, da war der Papagei wieder. Ach, das war sie. Okay. Äh, dann muss ich diesen Stream sehen. Viele Leute sollen sonst Grau-Aras haben. Ey, das weiß ich doch nicht, Mann. Grau-Papagei. Junge, sei nicht so! Sei nicht so! Hat er gerade Grau-Ara gesagt? Ach. Ey, ich komm' mit meinem Breitschwert. Ey, Gott. Respekt. Oh, letztens hab' ich eine wilde Schreibweise von Katana in meinem... Äh, auf Instagram hab' ich einen Kommentar gesehen. Da hat jemand geschrieben, nur mit einem Katana bewaffnet. Und er schrieb Katana original... Ne, sie schrieb Katana original. Kar-ta-ner. Kar-ta-ner. Ah. Katana, wollt ihr denn ewig leben? Ja, wirklich, wirklich, wirklich. Das war richtig wild. Die Siedler von Katana. Ja. Wacht auf! Oh, lol. Oh, lol, Alter! Brutal. Ne, voll hopp. Ne, voll hopp! Oho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho! Das ist ja großartig! Tja, an sich nehmen würde... ...würden schreckliche Dinge passieren. Gute Nummer! Alter, der funktioniert ja wirklich, Bruder! Geile Nummer! Okay! Ja! Gut! Was?! Gute Szene im Spiel. Aua, Anne stirbt grad bei Outlast so sehr. Ja, aber ist wirklich ne gute Szene im Spiel. Aber es muss ja für Anne auch richtig schlimm sein, die Szenen, die so ne Spannung über nen gewissen Zeitraum halten. Achten verschieben. 10 Lichtintensivitätsstufen. 2 Programme ficken und... 2 Programme flickering und pressing. Scheiße. Es geht los. Es geht los. Ich hab's schon gewusst. Wie er schon lachen musste bei dem zweiten, es geht los, war ja großartig. Ich bemühe mich nicht zu sterben. Wenn ich das Spiel sehe, denk ich mir, ich muss das spielen. Ich bemühe mich doch nicht zu sterben. Olli seh ich da aber. Sag mal. Ja. Es sieht aber jetzt nicht so gut aus hier. Ich würd gern Dying Light spielen. Ich hab das Spiel schon mal gestartet, ich hab insgesamt 15 Minuten schon gespielt. Das sieht nicht gut aus. Ich hab noch keinen Zombie gesehen. Genau. Klar Flo, ich geb dir jetzt einen freundschaftlichen Rat. Ja. Also wirklich ernst gemeinten auch. Ja. Installier dir bitte niemals Vampire Survivors. Tu es einfach. Finder frags nicht, wenn du mir als Freund vertraust, tu es einfach nicht. Dann sag ich, gern geschehen, ich hab dir ungefähr, weiß ich nicht, so 40, 50 Stunden deines Lebens geschenkt. Ist es so gut? Äh, nein. Mach schon süchtig. Also ich kann dir sagen, Dying spielts auch. Tu es nicht. Tu es einfach nicht. Ich weiß gar nicht, worum es da geht. Ist auch nicht so wichtig. Es ging völlig an mir vorbei. Vampire und Überleben und so, aber es, äh, tu es einfach nicht. Ich schwöre von allen Spielen, die ich jemals in meinem Leben gespielt hab, hab ich noch nie eins mit so nem Suchtpotenzial erlebt. Noch nie. Also deswegen, tu es nicht. Ey, es ist aber bei dem Preis ist die Hürde aber zum Glück auch groß zum Einsteigen. Ja. Anlass du dich noch an diese App, die man sich kaufen konnte, wo man so richtig viel umso, quasi guck mal, ich hab diese teure App gekauft. Es ist bei dem Spiel ein bisschen genauso. Kostet 2,49. Es gibt Skins? Nein, Quatsch. Gar nicht. Das Spiel kostet einfach 2,49. Es kostet nur 2,49, du kannst keinen Ingame kaufen. Du kannst nur... Ja, es war's. Es ist einfach völlig lost. Ich glaube, gerade gerät dieses Spiel in so einem richtigen Hype. Ich glaube, wenn die einfach 2 Euro mehr verlangt hätten für das Spiel, wären die jetzt sehr glücklich. Aber es kostet halt 2,49 Euro. Ich denke immer, die sind so schön sehr glücklich. Aber 2,39 oder so, ja. Könnte ich mir vorstellen. Ja. Wer weiß. Aber gutes Ding. Aber fass es einfach nicht an. Ist das auf dem Smartphone? Äh... Jein. Jein. Es gibt eine abgespeckte Version, die man im Browser spielen kann. Ach, scheiß drauf. Das wissen wir nicht. Wünschte, wüsste... Bei dir hat Gronkh über das Spiel gesprochen. Der genauso viel Spaß mit dir gehabt. Wow. Jetzt ist Mama Bär nicht da, um dich zu beschließen. Okay, das war weird. Wo ist denn dein kleiner Freund hin? Oh, ist er verschwunden? Oh Gott. Das ist richtig großartig, Alter. Kann das mal bitte jemand klippen? Das war ja großartig. Was zur Hölle? Ich hab mehr eins vor ihr als vor denen dahinter. Das ist ja... Ihr fröhliches Gesicht dabei macht mich so fertig. Das ist schon geil. Scheiße, ich ärgere mich, dass ich sie nicht für meine Hochzeit engagiert habe. Das war schon geil. Ich hätte so gern für den Hochzeitsmarsch gehabt beim Reinlaufen. Nein. Doch. Nein, das war schön bei euch. Mach das nicht mit Absicht kaputt, die schönen Momente. Die waren toll. Da hast du recht. Wäre lustig gewesen. Nein. Wir können sie zu Peter schicken. Ich finde, ein gewisses Maß an Humor wird auch bei so einer Hochzeit schnell überschritten. Ja. True. Wenn es dann zu wenig festlich ist, ist es einfach nicht mehr cool. Stimmt, genau deswegen haben wir Rammstein gespielt. Ja. Weil es gepasst hat. Ja, war gut. Ja, aber Rammstein ist ja trotzdem auch ein ernstzunehmender Song auch in dem Zusammenhang bei euch dann gewesen. Das stimmt. Anders als sowas dann. Das stimmt, das stimmt. Hast du recht. So. Bio-Hahnfüll. Was ist passiert? Das schmeckt ihm nicht. Ja, das sehe ich. Aber was war's? Bio-Hahnfüll. Okay. Hanfüll. Von Seidenbacher. Lies doch den Satz von vorne. Lies doch den Satz von vorne. Ich meine, dass was gehört zu haben, das Vivian sagen kann. Sing. Lies nochmal. Willst du mich verarschen oder was? Hat sie Dyslexie oder was? Nein. Nein. Ich meine, da was gehört zu haben, das Vivian sagen kann. Lies. 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 Ganz langsam. Jedes Wort. Ganz langsam. Ich meine, da was gehört zu haben, das Vivian sagen kann. Was? Das ist stark. Was? Ach, singen. Ey, das ist so weit weg. Du kommst hier nie wieder raus. Nie wieder. Weil die Dinge einfach grandios sind. Ja, sind sie. Einen Teig-Ausroll-Roller. Ich brauche einen. Was? Mir ist aufgefallen, schon öfters, auch als ich Kekse gebacken habe, ich habe keinen Teig-Aus-Roll-Roller. Oder wie heißen die? Nudelholz? Meinen Sie Nudelholz? Meinen Sie Nudelholz? Meinen Sie Nudelholz? Die Teigen die Aus-Rollung. Ne, die ausrollen den Teig. Ne. Teig-Aus-Roll-Roll-Roller. Teig-Aus-Roll-Roller heißen die. Weil die rollen ja den Teig aus, oder? Ich frage auf welcher Konfidenz sie das durchzieht. Teig-Aus-Roll-Roller? Nudelholz! Aber warum heißt Nudelholz? Lol, Alter, das ist ja grandios, Mann. Das ist ja richtig gut, Alter. Nein! Nudelholz für die Aus-Rollung des Teiges. Ich bin vorbereitet. Jetzt habe ich... Nein! Ich bin vorbereitet! Ich bin vorbereitet! Da! Stark! Stark! Nein! Weißt du, was mir auffällt? Du musst, wenn du die Cam da oben hin machst, müssen die Haare hängen. Ja! Die Haare müssen irgendwas machen. Ja! Ja! Aber das ist ja echt next level dann. Ja! Aber mir fällt gerade auf, mich stört das! Ja! Ich verstehe das! Oioioioioi! Das ist aber ein Level an Commitment. Also im Prinzip bleibt dir nur, dich wirklich an die Decke zu hängen für den Moment. Ja! Kata? Do it. Do it! Okay, cool! Bildstabi, sorry, deswegen aber, kann man nix ändern. Hier gibt's nämlich ganz schön viel... Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Haha, die dreht sich denn nicht? Ist das ne E-Flöte? Ich bin so verwirrt. Ich will so'n Ding. Chad, was war das? Das war ne E-Flöte, du musst nicht pusten. E-Doodlesack. E-Doodlesack. Oh Gott, jetzt wo Olli weiß, dass es so was gibt. Digga, ich bin der Erste, der sich so'n Scheiß kauft. Digga, wir machen ne Band. No, you are not. Einer mit nem Otamaton, einer mit nem E-Doodlesack. Digga, ich seh' uns da sowas von. Und dann einer mit ner Mini-Trommel. Ja doch, ich glaub, wenn wir das einstudieren, ist das richtig geil. Ich mach die Mini-Trommel, aber ich mach wirklich nur so... Ne, weißt du, was ich brauche? Wie heißt das? Oh man, nicht die Snare. Ja, beim Schlagzeug, dass nur dieses... Wie heißt das? Den Symbol meinste? Es gibt keinen E-Doodlesack. Das Becken. Genau, einfach das Becken. Und ich mach nur immer so... Der Crash, genau. Der Crash ist das. Darf nur alle 10 Sekunden, 10 Minuten kommen, so ein... Es gibt doch keine E-Flöte, ich bin verwirrt. Okay, krass It's all a lie Zumindest nicht ohne Also nicht einfach so, sag ich mal Oder mit Pteramin, genau Und mit nicht einfach so meine ich, kann ich jetzt nicht Instant auf Amazon bestellen Ah, guck mal da, hat einer geschickt Elektronische Doodlesack, kills it more Ah Danke Macht mal einer weiter Es gibt Flöten, wo Doodlesack mit drin ist Ja gut, ich drück mal Play Ja Hahaha, mein Digga Wie geil Komm, ne, willst du einmal haben, darfst denn Na, der haut noch mal Jawoll Jawoll Zuge Weil ich unbedingt Mit den Typen ehrenvoll Auf den Scheiß Zinnen krempfen Wollte E-Doodlesack kannst du dir bestellen Ist mir zu teuer Was kostet so'n Ding? 555 Euro Ja, ne, lass mal sein Dankeschön Aber das ist der Archive Professional Wireless E-Doodlesack Es gibt noch welche von Arty Noise Die sind aber super schlecht bewertet Die gibt's für 150 bei Thoman Ja, die würde ich dann nicht bestellen Weil die schlecht bewertet sind Oder weil Was? Die Webseite ist direkt down übrigens Lol, Alter Die haben so'n Ansturm auf E-Doodlesack auch noch nie erlebt Eine fucking E-Doodlesack-Influencer Steht morgen in der Wirtschaftswoche Explosion im E-Doodlesack-Verkauf E-Doodlesack-Aktie Um 612% in die Höhe geschossen Jetzt 32 Cent wert Keine Ahnung Ich zeig's euch Komm mal her, Julia Hi Ist das ein krass Ist das wirklich ein krasser Reveal? Lust du jetzt zwar jetzt vor der Camp stehen Oh mein Gott Ne, ah, okay Also Leute Das ist Julia Das ist meine eineiige Zwilling-Schwester Und wir zwei sind quasi Nachuela Ja, freut mich Ich bin mir nicht sicher, ob das nicht einfach gut Ich glaub, dass erst, wenn die sich überlagern Also ich bin mir ziemlich sicher, dass es mit Maske gemacht wird Und einfach gut getimed Ja, glaub ich auch I call fake Das letzte Mal, als du das gesagt hast Wurdest du direkt impostert, ne? Ja, es mag ja sein Aber jetzt muss man das Gegenteil Jetzt ist ja sehr einfach zu beweisen Ja, Indubio pro Dr. Freud hat gesagt, ist fake Genau Wir wissen auch immer noch nicht Ist das vielleicht der wahre Flo? Ja, oder? Hat schon der alte Rechtsphilosoph Plankton Plankton Im alten Rom gesagt Alexa, ich finde auch schön, dass du sagst, dass das Video überarbeitet Indubio pro Dr. Freud hat gesagt, ist fake Zu geil, Alter Ultimate kostet 20 Euro, 130 Euro, ja Alter, 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 Alter Ich bin wieder da Ich bin wieder da Und er steht auf und trinkt voll ab Boah, Hübel, Alter, krass Mega Mega geil, ey Ich liebe sowas Wenn ich jetzt nicht in die Compilation schaffe, weiß ich nicht, was ich noch machen soll Ich hab mich extra hübsch gemacht für dich Und das bei dem geilen Namen Prothesen King Muck ist halt auch gut Kannst du auch ehrlich Ja, aber jetzt kann ich mal eine Frage Ja Ist er der Prothesen King oder ist er der Prothesen King? Oh Also ist er schon dafür bekannt, dass er auf jeden Fall dafür ist, dass man erstmal eine These aufstellt Ich find deine Idee gut, deine These, aber da im Hintergrund Krückstöck Fuck jetzt Nein, Paul Krücken waren Krücken Da waren einfach Krücken Sag mal, wie das lange Wort auf dir heißt Krückstock Krückstöcke? Aber die Mehrzahl ist Krückstöcke Krückstöcke, ja Aber ich hab das Wort Stöcke nicht hingekriegt, ja Die im Hintergrund waren Ist jetzt meine ganze Story für den Arsch Auf jeden Fall ist er Prothesen Du meinst Ja, und pass auf Jetzt wird's wieder schwierig, weil das ist deine These Ja Unter-AMG-Stützen Unter-AMG-Stützen, so wie Mercedes-AMG Ja, dass wenn du den tiefer legst Ja Das tust man ja, ne Wenn man dir zum Beispiel einfach die Beine abnimmt Ja Du hast ja auch nur tiefer erlegt im Prinzip, ne Gibt's nur ab 100.000 Euro Du brauchst ja auch unter-AMG-Stützen Ja, ich bin pro dieser These auf jeden Fall Ja Dieser Humor wird Ihnen prädensiert Dieser Humor wird Ihnen prädestiniert von Dr. Freud Ich versuche mir jetzt mit dem Mikrofon zu lobotomieren, Alter Die sind ja vorbei Es sind Worte schwer Natürlich kann ich das Worte reden Aua Es ist Wiese Es ist halt Wiese Wiese ist nicht schlimm Du hast mich Die Brauen sind schlimm Die Hundefutter Das ist grad so unangenehm Dass dieser Bait Funktioniert hat Funktioniert hat Das ist so unangenehm Ich hab keine Worte dafür, ne Ihre Zuneigung bekunden Was ist denn Felatio? Das muss ich jetzt auch noch googeln Oh, mach das mal Felatio Behofflich ist es jetzt keinen Ihre Reaktion war ja Gold Lol, Alter Das ist eine Fliege Ja, hier ist doch eine ganz kleine Mini-Fliege Nicht schön, dass man die Oh Nicht die kleine Doch, auf der Kamera, ne Oder? Ist die hier? Oh Gott Oh Gott Nein, das ist hier Oh mein Gott Aber das war doch eine Wanze Hallo Was machst du denn hier? Na, die sind ja nicht schlimm Wow, ist das live? Digga, hast du Also, ja, aber Ich fand den König der Löwen-Moment Das Hintergrund einfach auch richtig gut Bruder, warum? Aber wow Oh, fantastisches Spiel Das kann nicht wahr sein Du kommst auf die Plattform Und direkt kommt ein Vieh angeflogen Und schubst dich direkt weg Man, ey, ich geh jetzt kacken Ist das Greenscreen? Das gibt natürlich auch ein Lied davon Mr. Brown Frick the Brown Erkommt mein Gemeindebau Was sind Huren? Das ist unser Ding Tobe, wir wissen, wo du wunst Ist in Ordnung, dass das ist gerade so cringe, dass er sich das wirklich gegeben hat im Stream Ist okay Er reißt gerade jede Coolness wieder ein Keep him round Look him round Wow, Alter Was zur Hölle ist dieser Fanta-Verschnitt? Flirt? Flirt? Das ist richtig gut Was ist das denn, Alter? Flirt Orange Ja, ist so Kennt ihr noch Wie heißen die Aldi nachmachen? River Kennt ihr noch Ja Kennt ihr noch River Limette? Ja, klar Das ist ein Zeug gewesen, Alter Boah, haben wir das früher gesoffen Schlimm Abonniert Twitch Clips Germany Ich hab immer das Cool Ich hab immer das River Lime Ne Das ist was so ein bisschen ist wie Bitterlemon Sagt ihr das was? Ne Ich glaub das ist gar nicht von River Das ist irgendwas Aber die Leute haben gesagt Flirt River ist jetzt Flirt Aldi Süd Ah, okay Wusste ich nicht Ihr kennt das nicht Aber River ist jetzt Flirt, was? Aldi Süd Wir kennen Aldi Süd nicht, Leute Ja River Lime, aber nicht von River River ist das? Ich weiß nicht, wie das heißt, Leute Ich glaub das ist von Netto Ne, Flirt ist doch Lidl Ne, Freeway ist ein Lidl Freeway ist ein Lidl Ja, und Freeway ist nice, Alter Ja, besser als Original Ja, ist einfach so Wer es nicht glaubt, der hat unseren Test noch nicht gesehen Ah, ganz kurz River, Aldi Nord Flirt, Aldi Süd Aha Flirt ist River von Aldi Süd Okay Krass Wie heißen die Eigenmarke von Netto Keine Ahnung Findet doch bestimmt auch unter Netto Ne, find ich nicht Na, fragst du dich vollkommen falschen Brutto, ja Eigenmarke Splish? Splash? Ne Keine Ahnung Topstar? Topstar? Oh Gott Stardrink? Stardrink schreiben ganz viele Wir werden es nicht mehr lösen Alle Düd Okay Splish Ja, Stardrink Stardrink Kann sein Ist das Ja Stardrink Bitterlemon Tatsächlich Vielen Dank Ja, dat is dat Und mit diesen Worten Freunde sagen wir Geht euch mal noch ein Video Bis gleich Bis gleich